Rüstungsteile, mehr als eins an hast und eine Waffe. So, heute geht es mal um den Zombie Survival Server, auf den wir jetzt suchen. Wir haben ein paar Leute mit eingepackt und versuchen heute mal so ein bisschen der Endzeit zu treffen. Schauen wir mal, was das hier wird. Am Leuchtturm rennt einer rum. Okay. Könnte ein Zombie sein. Aber Leuchtturm, Mann, hat sich irgendwer gerade gesagt, er ist kein Leuchtturm? Ja, ja. Oh. Ja, ich seh mich selber. Genau. Das ist nicht nur einer, das sind mehrere. Ja, dann sind das Zombies. Droppen die was? Ja. Oh, dann geh ich die mal killen. Ja. 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 Das kann man jetzt aber auch an. dann seh ich ja wo Stefan rumkann Moin, der Bjarne Kann man die Zombies nicht killen? Versuchst du mit dem Stein drauf rumzuhauen? Nö, mit dem Speer Doch, man kann die Zombies killen Wir haben es gestern extra getestet Hilfe Wildschwein, hinter mir Das ist ganz schlecht Nee, Schlimmerbären, Schlimmerbären, Bär Ja, oder diese Hunde So Kann die nicht killen Und ich bin tot Ja, es steht hier sogar Ja, genau Und das nur, weil die Kettensäge nicht angesprungen ist Ah, toll Reklamieren Eigentlich müsste ich jetzt so ein B-B-B-Hunger-Gang Müsst ihr jetzt so ein Ansager sagen Dass er gestorben ist Also Die Zombies hier sind nicht killbar Für dich nicht killbar Ich hab zwei Speere Aber hier, der Phil hat auch schon welche Und einen Stein Aber der Phil hat auch schon welche getötet Ha Das hab ich schon gesehen vorhin Ja Ja Ja, aber was soll ich denn machen? Gefühlt 20 mal einstechen Aber ich greife mich Ich hab zwei Speere kaputt gemacht Wahrscheinlich Kann ich die eigentlich reparieren? Er hat die aber glaube ich mit Pfeil und Bogen Ja Ich glaube du brauchst Pfeil und Bogen Muss ich diese Anführungsstriche da auch noch machen? Nee, glaub nicht Kann ich die Speere wieder reparieren? Im Moment noch nicht, nein Brauchst du Okay, ich bin nicht invited to join this clown Ja Ähhh Ui Ui Nein, nein, nein Warte Ah Weiß ich nicht Ich hab Ich hab Ich hab dich eigentlich gerade vernünftig eingeladen Hm Komisch Ähm Jetzt hab ich ihn Ja, guten Tag Moin Ah Moin Ah 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 Ah, der ist es Der ist es Moin Jetzt kommen alle Jetzt kommen alle Ja, guten Tag Guten Tag Ja Der beat Auch am Start Jetzt ist alles kopf Miau Ich bin mir kurz Ich zock jetzt auf Zombie Survival Server Das machen wir jetzt glaube ich alle Habe ich richtig Habe ich richtig Bock drauf Ich bin mir kurz 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 Game Manager Das ist ein ganz geheimer Spot Kann man sich hier einfach hinstellen oder stirbt man dann? Ähm Kommt jetzt ganz drauf an Der ist wie bei ARK Ja Ah ok Also es gibt hier auch Viecher die einen angreifen Ja alle Aber das Problem ist wenn du ausloggst Ähm Dann liegst du da Dann liegst du da Auch wie bei ARK Also letzten Endes ist es egal was du jetzt tust an der Stelle wenn du AFK gehst Aber ich kann nicht verhungern Dann Wenn du ausloggst Nicht Nee dann nicht Ja dann werde ich mich mal jetzt hier eben irgendwo hinlegen weil ich will nämlich jetzt eben schnell erst was essen Ja dann mach das doch Also M3, M12 ist sehr hübsch in Thüner und heute Hüß Es geht nicht darum wo es hübsch ist es geht da wo es effektiv ist Nein für mich geht auch hübsch Ich hab da schon ein paar Diskussionen gehabt Oh ja Oh ja Also ist das jetzt einfach das ganz normale Rust Also da gibt es jetzt nicht irgendwelche neuen Sachen zu craften oder so Bloß an den Sides Bloß an den Sides sind Zombies Ja Und du hast ein RPG System mit drin also ein Rollenspielsystem du levelst Bis gleich Bis gleich Ist das so ein passives Levelsystem heißt wenn ich jetzt Bäume abbaue bin ich im Holzfällen schneller oder wenn ich jetzt fighte Oder wie stelle ich mir das vor Oder kann ich Skillpunkte vergeben Du kannst Skillpunkte vergeben Oh geil Oh Echt? Wo denn? Hast du schon Level Up versteht man dir? Ja ich bin schon Level 6 Dann Slash HG Kannst du mir dann mal die ganzen Commands Gibt es noch mehr Commands? Stimmt oder? Ich glaube bestimmt mehr als Command Oder nicht Ja aber nicht für alle Mods leider Also Ähm Es gibt Einfach Slash Hunt Damit Was? Das ist das RPG Tool Ah ok Das ist das wo du die meisten Befehle für brauchst Was ist der Dumba Jack? Ähm Holzfäller Alter ich habe einen AirDrop gelootet ne vor uns also auf dem normalen Körper und da war so eine Schrotflintenfalle dabei Und da waren auch Shotgun Shots dabei Dabei Ich wollte die reinziehen aber das ging nicht Muss ich noch irgendwas Muss ich noch irgendwas Muss ich noch irgendwas Du brauchst die halbgemachten Ähm Die handgemachten Position Achso Und dann äh Funktioniert die auch automatisch Da muss ich nicht noch irgendwas machen oder so Ne Funktioniert die automatisch Alles klar Also wenn jemand in meine Base reinkommt sind da zwei Geschütze die auf die Tür spielen Das heißt man nimmt die Tür Ja aber Mann lasst mich in Ruhe Nein ich habe geklickt jetzt stützt Rust wieder ab Weiß ich genau Einmal klicken ey schon was rum Ja das ist bei mir wenn ich im Laderbildschirm klick Dann hängt die Straße auf Ja das ist gut Was macht denn das für eine Logik denn Aber das Problem mit diesem Anti-Cheating habe ich hingekriegt Ich musste einfach das X32 Äh löschen Okay Und das 86 Das 86 drin lassen seit dem geht Problemlos Na immerhin So wo bin ich denn ach du Also wir bauen zusammen eine Base oder Oder macht jeder für sich so sein eigenes Süppchen Nö nö wir bauen zusammen also Alles klar Ich bin ja schon bei M15 und M16 Da wollten wir eigentlich hin Okay Das ist gut Mesotti ist schon da Ich bin noch nicht mal ansatzweise Nicht mal ansatzweise Vielleicht findest du da ja irgendwo noch meine Ketten Ich auch nicht Aber Leute wir müssen uns jetzt gleich Äh dem Clan sein wenn jetzt noch jemand neues kommt Das ist eine Zombie Apokalypse Mehr Leute heißt mehr Ressourcen Wir nehmen keine mehr auf ja Wir müssen da Wir müssen da hart sein Aha Ich bin gespawnt Bin ich auch schon aber am Arsch der Welt Ja wo bin ich denn Ich bin bei E28 Bei F14 Wo seid ihr? Also quasi ganz oben rechts Äh M15 seid ihr ne? Oder? M15 da ja weil wir finden wollten Okay dann Lauf ich mal in die Richtung So wieder da Okay Rübing Warte Ist halt versteh Ich bin ja wie beim M1 Bauen Als auf der offenen Hüte So was sollte man denn als erstes bauen? Riesigen Penis Hab ich Hast du? Ja Kannst du nicht bauen ne? Hast du schon mal meinen Charakter gesehen? Ich glaub ich hab den längsten Das glaub ich nicht Ich bin ein schwarzer Ohne Spass Echte? Ja Piet Piet kann nicht Ist er ein wunderschöner Ebenholzmann? Ja Piet ist ein wunderschöner Ebenholzmann Ähm Piet Piet kann ja nicht nur sagen wie tief das Wasser ist Sondern auch Ne Kann ja nicht nur sagen wie kalt das Wasser ist Sondern auch wie tief Gerni Moin Ähm Momentan Fortnite ein bisschen aufm Ja Oh oh das ein Bär Oh oh Ähm Momentan mehr Rust als Fortnite Sagen wir's mal so Warum kann ich keinen Bogen bauen? Was will er dann da haben? Der will Stoff haben Das sind so Hanfpflanzen Hab ich Hab ich Aber Mir fehlt Holz Ja Wie funktioniert denn das mit dem Level? So Wo kann ich das gehen? Äh Flash HG Also Heinrich Gustav Sollte man immer auf diese Markierung schlagen? Ja Ja Geht schneller Macht mehr Das war die Kurzfassung Das war die Kurzfassung Das war die Kurzfassung Ja 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 Das ist aber ganz cool mit dem Ding Erkennt man Teammate oder hüpfen? Ja ich würd sagen äh bei uns seit wenn wenn jemand jemanden zieht dann sollen alle mal springen oder? Dass man weiß wer 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 Ja jumpcheck erstmal schreien Not sicher ist sicher Ja ich weiß nicht ab wann das äh bei bei Clanmates angezeigt wird Ich weiß auch nicht ob Clanmates ob wir jetzt Friendly Fire anhaben oder nicht Das kann ich noch nicht äh so hundertprozentig sagen Bei Clan eigentlich nicht mehr Ja Also Oder bei Friend ich weiß es nicht Ah eben Hehehe Wenn ich jetzt sterbe bleibt mein Level aber trotzdem erhalten ne? Ja Level bleibt erhalten Ach alles klar Ja Du verlierst aber 5% oder 0,5% Also du verlierst ein bisschen XP Ja ok Ja ja Also als Strafe halt quasi ne? Ja ja Aber wie viel genau weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf So irgendwer hier schon Zombie gekillt? Ja Ja Dings plus den hat Ja Und ich auch gestern Also ich weiß im Testlauf Also ich weiß auch hundertprozentig dass es hier Mir geht es eigentlich darum Mich interessiert wie der Loot ist Ob es sich lohnt oder nicht Na ja Na ja also für dich am Anfang Du wirst vielleicht ne Machete rauskriegen Weil die Aus dem Zombie Ja Aus dem Zombie Cool Soll hat er Bär getötet Ja weil das sind nicht wirklich Also es sind nicht wirklich Zombies in dem Sinne Sondern es ist irgendwelche Halloween Murderer Skins Achso okay Es gab keine wirklichen Zombies Aber sie vereinten sich im Prinzip wie Zombies Laufen auch langsam wahrscheinlich ne? Oder sind die schnell? Ja es geht Also wegdrehen würde ich mich nicht Und langsam weggehen Laufen die auch jetzt random in der Welt rum oder nur an Sides? Nur an Sides Das kann sie leider nicht random spawnen lassen Ich hätte sie noch an Airdrops spawnen lassen können Das fand ich aber ein bisschen too much Also an Airdrops spawnen sie jetzt nicht So ich baue jetzt hier schon mal ne? Ja mach mal Fang mal an zu bauen Also ich weiß nicht ob ich grad einfach nur unlucky bin Oder einfach random in Bär Also von Bär zu Bär laufe Läuft wahrscheinlich random von Bär zu Bär Wenn ich jetzt Lumberjack Skill heißt das wahrscheinlich ich baue besser Holz ab ne? Genau mehr Mehr Ah alles klar Wo macht man denn das Skill Interface auf? Ah meiner ist natürlich dann für Stein ne? Ist ja klar Slash H G Ich drücke immer Escape wenn ich das Skill Menü schließen will und dann Wie H G In den Chat Slash H G im Chat Slash H G im Chat Ja Ah Weil H für Hand so heißt das Ding Das ist die Mod Und G keine Ahnung für was Okay Als ich den Satz angefangen habe wusste ich schon ich keine Ahnung was zu Ende drin Hehehe Oh es kommt die ganze Zeit immer bei mir mit den Steinen Du kannst die Steine nicht abarbeiten Also Das geht nur bei bestimmten Steinen Aber irgendwann erkennst du das wie die aussehen müssen Ja Das ist egal da raus Also ich hab jetzt glaub ich 3 Spielstunden und jetzt weiß ich wie die auszusehen haben ja ja, das erkennst du dann relativ schnell, aber ne Fehler hab ich am Anfang auch gemacht ist halt so fun 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 ja, hat sie gekriegt, also ne Urkunde schön, freut mir agility macht wahrscheinlich, ne, ich kann länger sprinten ne, agility, warte, ich lese es gleich einmal vor sprinten kann man unendlich sprinten kannst du sowieso unendlich, genau ja, ich hab gedacht, äh, irgendwie länger sprinten, oder, äh, schneller sprinten meine ich ne, ich lese es gleich einmal vor ich muss mir nur kurz irgendwo was zu essen organisieren hier sonst, äh, geht das gleich sehr schnell bergab mit dem Otter ja, das Problem hab ich auch gerade also ich hab sogar noch ganz viel HP jetzt hast du wieder 50 oder 60 HP, das denn hm ähm, kannst du mal eben kurz gucken mal hier? gleich, ja gleich, ja ich gucke gleich oah, Mann, vollfahrt 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 boah, schlägt das auch noch Haken, das blöde Ding was schlägt Haken? na, so ein blödes Reh so ähm ähm oh, Starving da fliegt viele kann man eigentlich noch Essen anbauen, so Pilze oder so? äh, es gibt Samen die man anbauen kann, also für Mais und Kürbisse, glaube ich ah, ok na, soll ich denn gucken? was ist denn das so viele? ja, ich kann hier keine Wand bauen hier wieso fliegt das auch? ja ich kann, ich kann das nicht mehr, du hast kein Hals na klar oh, ich hab dann wieder verstanden na, wir haben ja noch ein bisschen das so viele ich wollte aber gleich nach Hause wollen ja ich hab Eisen, ich hab Schwefel, ich hab den ganzen Scheiß, aber keine Steine ja, das gleiche Problem hab ich auch grade aber das findet man doch irgendwie leichter mit nem anderen Kram vielleicht ja, find ich auch ich hab die ja, wollte ich auch grad sagen, ich hab die Ding Probleme, wenn ich auf den Stein schlag ja, ich hab grad versucht, meinen Schlafsack in die Leiste zu ziehen, das ging nicht es gab grad nen kleinen Desync, ja ja, sehr gut ich dachte schon wieder an meinen Rechner passiert das vielleicht beim Speichern immer? es kann gut sein, ja dass er dadurch kleinen, kleinen Desync hat, aber äh es ist jetzt nicht so dramatisch, aber ja ich muss jetzt erstmal gucken generell, wie das ganze läuft und dann kann man immer noch mal auf Fehlersuche gehen und eventuell noch mal mehr Ram ordern für den Server oder sonst irgendwas muss halt getestet werden, ich weiß es ja auch nicht wer ist denn da am Essen? ich bin am Essen, warum? im Zweifelsfalle immer der Dicke Ju, ich hab nen Stein gefunden oh nein, ich hab die Wand mitten im Haus platziert die Dings, äh, die Twig Wand kriegst du ganz leicht wieder weg, musst du nur ein paar Mal draufkloppen okay äh, Pete? ja, was von mir? ja unten links bei dir im Chat steht was oh, meinst du das im Discord oder was? ne, im Game ne, da steht gar nichts drück mal Enter ich komm gleich ach so, ah ja, okay muss ich das auch in Gänsefüßchen setzen oder einfach nur so? ne, musst du nicht in Gänsefüßchen setzen oh wie süß, er hat Gänsefüßchen ja, das heißt doch so ähm, Purple, dich kann ich nicht einladen ich glaube es nicht an den Sternen ah, das kann gut sein nein im O� hat mich, das ist erschrocken da hab ich ihn da ja, ok war das klar auch nö, er wird dunkel ja, haben wir auch gerade gedacht ich bin aber gar nicht ernst nehmen ich muss mal in der Augen warum, wenn es dunkel wird, passiert dann irgendwas spezielles? ich siehst du nichts mehr aber wirklich überhaupt nichts mehr wirklich sichtweite gleich 0.0 außer das hat eine fackel aber bringt ja auch nichts weil du wenn du die fackel weg tust um irgendwas abzubauen siehst du es nicht mehr spaß ich werde gleich wenn irgendwas gekillt ich spüre schon also wenn ihr hier zu mir kommt m15 da ist schon ausgebaut ja ich komme gleich bin bin wo bin ich warte da bräuchte ich eine weile ich bin k 14 ich bin gleich ich sehe das haus aber ich beeile mich jetzt mal ich versuche ein paar pilze im wald war schon mal meine fackel an oder noch ich suche gerade ach da ist die tür danke was war das noch mal kam m15 ich vergesse es immer wieder und bei mir könnte es noch eine weile dauern bis ich da bin also ich kann noch richtig gut sehen naja ist jetzt noch wegen dem mond krone auch noch gut im wald das ist überhaupt nichts ich sehe auch noch viel ja ich muss noch einen schlafsack bauen muss gleich erst mal stoff finden ja erst mal sind wir hier drin ja selten ja genau ich kann erst mal nichts passieren es sei denn irgendwer von uns tut was unheimlich unheimlich dummes ich mach schon mal ab und tust du um ach ja scheiße jetzt ist es zu dunkel ich habe auch noch irgendwie fast 2000 stein ja ja aber ich dachte jetzt so lange ich mach letztes früh weiß ich auch nicht mehr aber ich hab auch kein stein mehr wir warten einfach bis die nächsten kommen bringt der hammer irgendwas der bringt zum bauen nachher zum hausbauen und upgraden von den ach so das war das wo man dann umformen kann holz genau und wo hast du was dass du ein lagerfeuer bauen kannst ähm hier ist ein pferd ich bin's hallo ja das pferd ist aber irgendwie ein bisschen komisch der kopf ist am hinteren und der hinteren am kopf das ist beides ineinander auch nice ach so das sind keine zombies hier sondern zombie pferde ja das war der mod es sind pferde die zombies werden wollen ich habe gerade meine pilze reingehauen aber aber ich kann verbände machen damit kannst du gegenheilen ja ich hab auch verbände ich hab schon verbände ach so ok äh hier einmal zweimal liegt hier ja habe ich alles gewählt habe ich building privilegien ja soll ich schonmal alles zu stein abreden ja wenn du was dabei hast ich hab nämlich keinen stein mehr ja es ist noch kein kein tool cupboard gesetzt also im moment hat jeder building privilege ja ja das stimmt jetzt kann ich nur noch zu holz auf werden jetzt habe ich keinen stein mehr aber ich sieht einfach aus wie holz ne ja aber ich dachte halt es ist am anfang erstmal dass wir eine hütte haben und uns treffen können ja es wird wie das lokal aus fredd's jetzt habe ich auch keinen stein mehr leute bringt alle steine mit wie sicher ist so eine stein base? äh stein base brauchst du schon also da brauchst du schon also da brauchst du schon eigentlich was explosives oder du hast halt bock da irgendwie 30 40 spitzhacken zu verbraten ey ich kann so ein backtick schrank bauen völlig kaputt ja bau bau kann man mit ner fackel sammeln? der erste drop kommen der erste drop lass mich raus wo ist der drop? wo ist der drop? wo ist der drop? direkt über mir ist er schon abgeworfen worden? ne noch nicht ich sehe es auch ich bin direkt unter dem dann bist du auch bald naja L19 ist jetzt nicht also äh wollt ihr mir kurz habt ihr kurz Zeit zum zuhören was die einzelnen Stats machen ja Agility erhöht die Chance Angriffen auszuweichen Stärke ähm fügt Munition zu Magazinen hinzu ähm vermindert den Damage den man kriegt und intelligence ist ähm crafting time also die bauzeit wird praktisch heruntergesetzt hust husten ich hab ein Problem hinter mir ist ein wolf her und ich seh ihn nicht jaa wie kann ich jetzt jemandem eine Autorisierung geben? oder müsste er einfach dran gehen? ne das müssen wir selber machen ach so dann packe ich da schon mal mein Holz und mein Stein rein ne was ich noch alles hab ne Stein wenn du kannst hier zum Upgraden ne ich bin ja schon Level Level 13 und meine Skillpunkte nachgehen in der Nacht am besten immer Farmen gehen da gibt es einen XP Boost in der Nacht gibt es einen XP Boost? ja zumindest ein Stand aus der Wader ok ich würd's sagen einer macht für die anderen Licht oder? und zwei Leute bauen ab oder nicht? ich such grad noch damit ich mir einen Schlafsack bauen kann was brauchst du denn? ja ich bin grad auf ich brauch mal ganz viel echt? ich will das gleich anzuschrauben ja ich wollte erstmal eine Treppe bauen weil man immer ins Haus nicht richtig hat kommt ich will anlaufen ja ich muss zurück weiter zurück ha 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 lass mal die Tür bitte auf und fliegen irgendjemand hat auch nicht geschossen was? ja jetzt fällt so aus zeig dich echt mal ich kann hier keine Treppe hinbauen ich kann hier keine Treppe hinbauen und hier hier attack die Queen protect die Queen ich kann hier keine Treppe hinbauen ich kann hier keine Treppe hinbauen vor du wolltest weiter vorlesen was was bringt ja aber das wars doch also sei denn du willst willst du noch willst du noch die hier Blacksmiths und sowas willst du das auch noch wissen? ja Lumberjack, äh, das, äh, die, die, die Sammelrate für Holz, Miner, die Sammelrate, ne, wie, wie viel steht hier auch nicht. Achso, ich hab gedacht, man, irgendein Multiplikator angegeben oder so. Nein. Hier steht einer. Ja, das Film. Nein. I can show you the way. I can show you the way. Warum ist er nicht im Discord, der Herr? War er grad? Ich glaube, er hat sein Headset nicht, äh, auf. Also, er, er hört auch nicht, wenn du mit dem Discord bist. Kannst du dein, dein, ähm, dein, dein, dein Stoff mal droppen, bitte? Das ist im Schrank. Achso. Boah, da könnte ich mir auch ein bisschen was nehmen, oder? Ey, ich brauch auch für den Schlafsack. Oder baue mir gerade einen. Ich baue, baue euch allen einen. Das war der... Also, ich hab 260 Stoffweizen. Das war der Plan. Da, geht auch auf. Da, gerade. Das Dohme ist, ich krieg vorne keine, keine Dings dahin. Keine Treppen. Okay, warte mal. Wir haben Phil. Äh, wir haben... K15 seid ihr, ne? Nein, M15. Was? Zwischen M und... Wir haben auch die ganze Zeit im Chat geschrieben. Wir haben, wir haben... Nein, 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 nein. Ich will... Ich geh mal zum Klärwerk, meine Freunde. Ja, viel Spaß. Ich will hier keine extra Wurst. Das denn, du kriegst auch gleich einen Back, ne? Hm, nee. Ich bin ja gleich da. Endlich. Ja, du kriegst aber sowieso. Du musst ja sowieso einen Back haben, also. Purple, der erste Back gehört dir. Falls du... Also, ne? Hat aber jetzt die 5 Minuten... Cooldown. Alter, was ist das hier denn für... Oh, Psy. Mensch. Also, willst du schön gerade auslaufen? Das sind erstmal 80 Berge, ey. Ich hab ne Pickaxe gefunden. Alter, bin ich hier gelandet. So, das ist dann der... Heißt er... So, ich bin jetzt M15 irgendwo mittig, oder wo muss ich hin? An der Grenze zu M14. Da braucht sich da echt sein eigenes Haus. Oh Gott, das heißt ja, im Klärwerk sind jetzt ja Zombies, oder ne? Ja, genau. Oh oh, warum bin ich denn da hingegangen? Ja, das wollte ich dir auch noch sagen, aber ich dachte, ich lasse dich das rausfinden. Aber du hast jetzt einen Schlafsack bei uns. Alles klar. Eigentlich wollte ich dir das sagen, aber dann wollte ich doch, dass du das selber rausfindest. Genau. So, den Herrn... Äh... Da ist der Herr Iceman. Iceman hat auch seinen Schlafsack. Ähm... Machen die auch so Zombi-Geräusche, oder? Weiß ich nicht. Ach! Der Herr Riddick, du siehst ja gar nicht fertig aus, mein Freund. Die Augenringe würde ich aber mal untersuchen lassen, ne? Die sind nicht... Die sehen nicht gesund aus. Ich habe 809 Stein. Ja, leg das alles in den Schrank. Wir können die gleich abbreite abholen. Ich habe eine medizinische Spritze gefunden. Sehr schön, gleich mal aufheben. Eine medizinische Spritze? Ja, gell, aufheben, um sie dann zu lernen zu machen, oder? Genau. Zu lernen zu machen. Zu lernen zu machen. Lernen, wie man macht. Shoujo dabei. Ja. Nennen wir es medizinisch. Stoff habe ich auch reingepackt. Holz. Ja, Schlafsack hast du hier. Ich bin ja gerade am gucken, habe ich... Du brauchst einen Kisten dann noch. Besotti, du hattest deinen Schlafsack, ne? Ja, weil er war der Erste da. Gut. Dann, glaube ich, habe ich jeden. Die ist dazu. Außer Blue Screen. Der baut ja sein eigenes Haus. Der baut so ein Riesenhaus da. Das ist ja egal, wir wollten ja sowieso ein Dorf haben. Ja, eben. So, dann kann... Bauen wir so eine richtige Kommune? Wir bauen so eine richtige... Ja, und wir rennen alle nackt rum. Ja, alles klar. Ganz wichtig. Ich bin aber schon angezogen. Ja, dann musst du dich dann wieder aus. Nee. You have to have Ebola to join the crew. Okay, hole ich mir kurz. Freiwillige vor. Wir haben übrigens den Ersten... ...auf unserem Server, der nicht zu unserer Gruppe gehört. Was? Wo ist er gleich töten? Gleich klein. Gleich klein halt. Lass dir meine Spulin, der quittet doch dir direkt. Ja, bitte... Direkt mit Stein drauf einschlagen. Bitte nicht... Bitte nicht Bulli. Ich habe drei Wasserflaschen gefunden. Water, water, water. Olli, na... Kann man aus der Kiste bauen? Äh... Ich glaube nicht. Ich glaube, du müsstest erst mal ins Inventar nehmen. Ja. Sollte ich diese Dosen von... Also diese leeren Bodendosen aufheben, oder? Leere Bodendosen. Ja, die können wir noch zu... Ähm... Scrap einschmelzen. Also ich habe es hier jetzt noch kein... Aber ich höre Schritte. Er bohrt erst mal Fenster. Alter, da hinten ist einer. Boah. Bei uns an der Base ist ein Bär. Ah! Also... Nein, vielmehr... Es ist ein Fillspace. Also... Halb so wild. Gut. Er hat ja Fenster. Oh, es sind hier viele! Alter Schwede! Die habe ich gesehen, die Ränder... Können die Leitern hoch? Weiß ich nicht. Probier es mal aus. Das hört sich ja... Woher irgend an? Wie kann ich Munition laden? Er? Ja. Es sei denn, du hast einen Bogen, dann ist Rechtsklick. Alter, die sprinten ja voll auf einen Zoo. Nee, die sehen nicht aus wie Zombies. Die sehen nicht aus wie Zombies. Total blutverschmiert. Rennt ihr auf dich zu mit einer Machete. Nee, überhaupt nicht. War es ein Bär mit einer Machete? Nein, er redet von Zombies. Ich habe von Bären geredet. Ich wollte nicht sein. Ein Bär, ja. Ein Tantenbär. Ach, guck mal. Ich weiß, wie er heißt. Alter, das sind ja viele. Da habe ich Glück gehabt, dass sie nicht gefressen worden sind, ne? Wo ist denn der Bär? Bei Phil Space da in der Nähe. Ich weiß, wie er steht. Ich weiß, wie er ist. Wo lauf ich rum ey? Ich suche jetzt gerade erstmal hier noch ein bisschen Stein. Ah, da. Ah, hab ich Clan. Genau, das Flash C ist Clan Chat. Äh, wo sind wir nochmal? K14, ne? Ne 15. M14, M14 und M14. Also ich nehme an, die sind also keine Leitern hochbekommen. Nur mit einem K, ey. Wie viel Schuss hält so ein Bär aus? Oh, mit dem Bogen ne Menge. Ja. Also nicht versuchen. Nein. Ne, ne, besser nicht, ne. Okay. Na, außer du willst sterben dann. Da gibt's aber einfache Methoden. Ja, irgendwo runterfallen zum Beispiel. Oder in der Kontrolle jetzt, ne? Ja, oder. Juhu, Suizid. Unterstützt dich, war nur ganz. Aber ich muss sagen, die Zombies sind schon bissle äh, angsteinflößend. Ja? Ja, das war super. Ja. Weil ich so, weil ich so mega auf einen zusprinten. Oh, da vorne läuft irgendwer. Äh, Jumptest. Vorne ist immer ne gute Beschreibung. Geht? 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 Kann man auf einmal stacken von einem Ding? Weil bei Holz hab ich jetzt schon 2200. Ja, das geht irgendwie mehr, ne? Ja. Man kann mehr, man kann mehr, an Grundressourcen kannst du mehr stacken. 10.000. Boah. Boah. Nice. Wenn wir mal fahren gehen. Boah. Okay. Boah. Geht das mit diesem Ring? Weiß ich nicht, er hat nen Scherz gemacht. Also Leut, ich hab drei Macheten. Ich hab richtig viel Stuff eigentlich. Cool. Aha, da ist eure Börse. Eure Börse. Das erste was wir jetzt brauchen ist erstmal Lowgrade Fuel. Wir müssen nämlich einen Ofen bauen. Da müssen wir mal... Achso, Airfield ist in der Nähe und Waterdingens ja auch. Bei Waterdingens war ich gerade, aber ich war jetzt schon voll, deswegen bin ich wieder... Ich muss jetzt auch gleich mal abschieben. Aber sind genau dazwischen. Hat irgendeiner mal hingekriegt so ne Treppe zu bauen? Ne, ne? Ich hab's noch gar nicht probiert, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's auch noch nicht probiert. Ist da jemand, der grad nen Baum abbauen von euch? Ja, ich hab's auch gehört. Ich hab grad einen abgebaut, ja. Im Wald. Wer ist das? Das ist nackter mit Holzrüstung. Darf ich den töten? Jump-Test? Ich dachte das Phil ist. Phil? Ah ja, okay. Ich hab's auch was halt vergessen. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Das was? Ich hab's noch. 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 Das war Phil, ne? Ja, ja, ja. Er macht die vollen Fischler mit dir, aber er macht auch. Nein. Haben wir schon Kisten? Nein. Am besten, wenn es geht, irgendwie vielleicht die großen Kisten bauen. Du hast ne Kerze aufgekommen. Du liegst eben in Kerze. Äh, warte, große Kisten kann ich noch nicht bauen. Ach so. Äh, kleine Kiste, ja. Aber ich mein Inventar ist voll mein Stash. Ich tu mal hier. Warte, nehmt mal jeder von euch hier ne Machete. Jetzt wird doch großzügig. Kann man die auch werfen? Ja. Oh ja. Hat schon irgendwie ausprobiert, ob das... Bist du ein Mann oder eine Frau? Du bist ein Mann, gell? Boah. Guck mal den unter die Platte. Lol. Das ist ja echt so. Dass wir unterschiedliche Penislenken haben. Ja, klar. Ja, zum Glück bin ich ne Frau. Genau. Du musst mich damit auch nicht auseinandersetzen. Nee. Das ist mir egal. Oh, ich pack nochmal Stash da nicht gefunden hab. Ich hab so nen komischen, äh, Anzug gefunden, Son, Son. Hörst mir zu gut. Ja, hab ich auch schon lang. Ja, genau. Hörst mir zu gut. Ich hab schon zwei davon. Ich lauf einfach ziellos durch die Gegend. Na, geh auf Tonnenjagd hier. Äh. Purple. Wir haben kein Holz mehr. Ja, Holz, ich bring... Nein, das hab ich gesagt genommen, weil ich dachte, ich kann hier vorne was bauen, aber es geht nicht. Das merkst du nicht quasi. Ich kann hier keine... ...Dretten bauen. Du musst wieder rein, oder? Ja. Kann ich ne Kiste auf ne Kiste bauen? Leider nicht. Nee, aber mit nem Regal kannst du das nachher stapeln. Äh, wie kann ich Gegenstände drehen? Mit Erde. Aha. Ja. Ja, man kann nur hier hinbauen, ne? Hm. Ja, hab ich auch schon gesehen, aber wir brauchen ja diesen... ...Dings hier wegen Türcamping, bla bla. Genau. Wegen Türcamping, bla bla. Was brauch ich nochmal, um Pfeile herzustellen? Hat jemand Pfeile für mich? Stein und Holz. Stein und Holz, ja. Kommst du mit? Zum Clare weg? Das sind Zombies. Ich bin gleich... Ich komm gleich mit. Ja, nimm mal lieber den Otter mit. Ja. Ah, ich hab Caps Lock aktiviert. Äh. So. Ähm. So. Oh, das Abbauen von Stein ist ja mal ultra nervig, ne? Aha. Das geht da nicht. Ich weiß nicht warum. Er sagt, da ist zu wenig Platz oder so. Dann, dann bau grad nochmal ne dreieckische Fläche hin, dass die Tür so nach hier hin zeigt, weißt du? Das hab ich auch schon versucht, das wollte er auch nicht. Okay. Wo ist denn der Otter? Ist das der Otter? Der Otter ist hier. Die Otter ist... Ah genau, die kann ich noch einbauen, warte. Der Otter. Da. Ja, genau. Und jetzt die Tür in meine Richtung. So, weißt du, wie ich mein? Jaja, hier hin, ne? Jaja, genau. Vielleicht geht's so. Oder probier erstmal, ob du jetzt ne Treppe reinmachen kannst, bevor du nochmal Ressourcen verschwendest. So, ja, warte. Wo ist denn die Treppe jetzt? Ja. Ach ja, auf unserem anderen Server hab ich vor eurer Tür ne Tretmine hingelegt. Das ist ja lieb. Also nicht direkt vor euch, weil da kann man ja nicht bauen, sondern ein bisschen neben eurem Haus. Ach so. Ja, das ist ja... Wenn dann einer explodiert, ne? Dann wissen wir, wer das war. Ja, und da stand auch drauf, wenn man sich da drauf stellt... Das ist Klick, ne? Ja, und man explodiert halt nicht direkt. Man muss dann noch warten. Also, man kann dann noch einen Kollegen rufen, der die Bombe entschärfen kann. Jaja. Du darfst halt nicht weiterlaufen. Ja. Sobald du dann den Fuß wieder vom Zünder nimmst. So, bin ready. Äh, hast du den, hast du einen eigenen Test mitzut, oder hast du den genommen aus der Kiste? Ich hab den aus der Kiste genommen. Ja, okay, dann geh ich ohne. Auf geht's. Ich hab sonst nämlich nichts mehr anzuziehen. Also, ich hab... Können nämlich so aus der Lack, ey. Aber Stoff ist auch genug da. Ja, ich weiß. Aber ich wollte ihn in Hessen. Stoff. Olli, grüß dich. Olli, Gerokard, grüß dich. Sieht echt verkrüppelt aus, das Haus, was ich da gebaut hab, ne? Auf geht's, wir können. Ach. Er hat wieder seine Gummistiefel an. Schief. Oh, guck mal. Schiefes Englisch. Ich hab einen Schenkel gekriegt. Ach so, bist du schon auf dem Weg? Ja, ja, ja. Ja. Ich muss das hier noch abbauen. Du kannst dich nicht sieben lassen, ne? Ja. Warte mal, ich muss das testen. Nicht erschrecken? Au. Hast du Damage gekriegt? Ja, ich hab noch 16 AP. Oh. Hier. Einmal Verbände. Einen Verbände. Einen. Einen? Und ich hatte eine Plutus mit sieben. Ja, ich war... Ich wollte gucken wegen dem, ob wir Damage haben. mit Friendly Fire anhaben. Haben wir anscheinend. Hat sich so angehört, ja. Ja, mach dir gleich noch ein paar Verbände. Lass mir mal den Hanf, der da läuft, bitte. Den Hanf, der da läuft? Ne. Da war der Wund. Da war der Wund. Lass mir mal den Hanf. Lass mir mal den Hanf. Punkt. Der da läuft. Ja. 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 Das ist der Blue Spring. Lass mal Hanf bei uns am Haus an. Über den Berg oder Außenrum? Außenrum. Erstmal. Hier kommt gleich irgendwo eine Lücke im Berg. Ich hoffe mal, ich habe genug Pfeile dabei. Ich habe auch zu wenig dabei. Ich will den Stein noch abbauen. Kann ich denn... ... von Samen irgendwo speziell hinsetzen? Nö. Kann ich zwei hinsetzen. Aber Hanf... Hanf kann auch schlecht werden, wenn du nicht schnell genug den Bedarf abbaust. Äh... Anscheinend gibt es doch zwei Airdrops pro Tag. Ja. Oh ja, stimmt. Der landet... Der landet vor mir. Juhu. Aber er ist doch noch ganz knapp geworden. Doch. Ja? Der landet ja ganz unten. Ich bin jetzt gleich bei AA, ey. Wo bin ich denn? A und AB. Pfeile. Den anderen habe ich irgendwie nicht gefunden, auf den Weg zugelaufen. Ich habe mich da nicht mehr gefunden. Muss man da jetzt Wasser drauf kippen oder so? Na, gar nichts. Nö. Das ist schön gut. Die ganze Samen-Geschichte ist fire and forget. Klar die. Oh, da hat einer vom Bär gelagt. Hat er Gummistiefel an? Dann ist es Phil. Es ist Phil. Es ist Phil. Das war mir immer klar. Ich habe hier so eine komische Plane. Warum kann ich die nicht in die Küste... Kann mir mal einer bei dem Bär helfen? Der ist bei unserer Base. Bitte. Sollen wir jetzt zurückgehen? Ja, Dings ist ja nicht... Also es sind ja eigentlich genug Leute. Ich bin doch schon unterwegs. Äh, Ordre, wo bist du? Ich bin tot! Ich bin tot! Ordre? Äh, Pete? Oh, bist du? Ich bin hier oben auf dem Berg. Ne, ich bin in dieser kleinen... Tal, Dings. Also ich bin gleich beim Airfield. Seit wer hin? Achso, du bist weitergelaufen natürlich. Dann kann ich meine Klamotten wiederholen. Kann man den jetzt kaputt schnibbeln? Hey, lass meine Leiche in Ruhe! Nimmst du entweder am besten eine Axt oder wenn du hast ein Knochenmesser. Knochenmesser ist das beste was du haben kannst. Um... Tier und so. Der blitzt, levelt damit, dass er Schweine schlachtet, ne? Seht ihr das? Aber der Bär ist doch relativ schnell umgekippt jetzt. Naja, ich hab da bestimmt... Also ich hatte 16 Pfeile, die sind alle drin gelandet. Finn hat auch noch drauf rumgekloppt. Und du auch. Ich hab ja auch nur gesagt, alleine sollte man sich nicht mit dem anlegen. Ich trink kurz was. Achso, okay. So, jetzt warten wir. Wo, wo kann ich denn jetzt hier mal hin, um was zu machen? Wer hat denn jetzt das Gärenfleisch? Ich hab neunmal Fleisch. Das muss einmal den... Ich komm wieder zurück. Ich schmeiß dir das da hin und dann mach was du willst damit. Na, du musst ja gekocht werden. Ähm, du kannst, Björn? Ja? Wenn du die Karte aufmachst, dann siehst du ja überall so Straßen. Ach. Ja, bitteschön, sammel mal auf und mach mal weg. Oh, hier vor mir sind viele Zombies. Richtig viele. So, ich kann... Seid ihr zum Klärwerk, oder wo seid ihr hingewiesen? Nee, wir sind zum Airfield. Ist die davon? Okay, komm da auch mal hin. Ja, komm da auch mal hin. Ja, seh ich. Ich pull jetzt immer einen nach dem anderen. Hier vorne links. Ich muss erst mal dann zu euch. Ähm... Hast du denn das Fleisch? Nee. Also... Ich hab' dir gerade hingeschmissen, was denn hinter dir lag das. Ah nee, dann hab ich das schon alles gemacht. Ups! Ich geh mal drauf hin. Äh... Äh... Das ist immer eine leichte Radioaktivität. Ist immer da. Also... Aber... Wenn du was anhast... Ich hab nix an. Ja, macht nix. Müsstest du trotzdem... Äh... Wir haben... Wir haben... Stoff... Und Seil... Und so... Wir können... Ich kann dir glaube ich... Wenn du ein bisschen Holz mitbringst, kann ich dir was bauen. Ich bring nachher ein paar Anzüge mit, so ist es nicht. Oder so. Ich hab noch zwei Minion, tate ich nicht. So. Ich bring' ein bisschen P-Nut. Ja, ja. So. Mach' mich jetzt auf... Auf'n Weg, zum Beispiel. Erstmal nachladen. So. Wie macht man das nochmal? Also... Einzeln ist es... Einzeln ist es easy gegen dir. Ja, da kommen drei. Woah. Danke. Woah. Aber... Der ist genau im falschen Moment stehen geblieben. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Uff. Uff. Alter, Mann. Bei euch geht's doch gut ab. Holla die Waldfee. Bin aber schon gut hier rumgewütet. Ich sag' ja, ich muss erstmal zu euch kommen. Dauert noch ein bisschen. Du hast'n Schlafsack bei uns in der Hütte, ne? Ja, ja. Aber du hast'n ganzen Loot dabei, ne? Oh, scheiße. Ja, mein ganzes Inventar ist voll. Damit will ich auch gern sterben. Friss meine Machete! Oh! 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 Deine Machete im Kopf stecken wir. Ich bin tot! Dann will ich auch weiterhin. Was hat dich erwischt? Äh... Oh, ein Bär. Ja. Ja. Und alles weg. Ja, so schnell geht das, ne? Willkommen zu Rust! Also komm, wir müssen da jetzt durch. Äh, Digga! Aber warum ist denn der Bär so viel schneller als ich? Digga! Digga! Was? Äh... Ich muss... Ich hab' noch 15 HP. Ja, warte, ich hab' Ich baue mir grad Verbände. Wenn du die abbaust, kriegst du Stoff und so. Ja, ja, ich weiß. Ich baue grad die Verbände und bin die am lieben, aber... Dann hole ich die halt einzeln. Oh, hier ist ein Bauplan für'n Kamin. Hat er dabei. Ja, leer. Ja. Tom, ist das gut, da kann ich das Verhalten der Pfeile ein bisschen üben. So, ich mach' mich jetzt mal auf Weg langsam. Ich brauch' ne Weile, bis ich da bin. Was ist denn das überhaupt für ein riesen Map, ey? Ja, 5K. Ja, ich merk's, ich bin bei A, aber, ey. Schon. Du kannst aber sehr leicht Agro-Pingpong mit den, ähm, Zombies spielen, ne? Oh, was ist denn das für ne Blaupause? Ähm, Wasserfass-Blaupause. Lohnt sich das wieder, äh, hinzugehen und seine Leiche zu looten? Für Bernleder? Nein. Brauchst du nicht. Was du machen kannst, wenn du jetzt nicht unbedingt zum Airfield kommen kannst oder willst? Doch, will ich ja! Achso. Ja, sonst hätt ich gesagt, hätt ich mich auch. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Schon noch frei, muss man sagen. Die bewegen sich so, unberechenbar. Unberechenbar. Ja. Brauch unbedingt mehr Pfeile, ey. Eine Zeit für ein bisschen Holz hier. Ich hab grad zwei Macheten in einen Zombie reingehauen. Ich hab grad zwei Macheten in einen Zombie reingehauen. Also komplett kaputt gehauen. Und der hat mich nicht mehr zurück angegriffen oder angegriffen. Was hast du, ähm, hast du Rüstung an? Ja. Hm, dann kann es sein, dass die... Ist der Zombie umgefallen oder? Der hat sich nicht mehr mehr ansatzweise für mich interessiert. Der ist einfach weiter gegangen. Ja, ja. Es kann sein, dass du die tatsächlich, äh, dass die erst interessant werden, wenn du... Äh, die haben ähnlichen Jack drin wie der Heli. Weißt du? Vom... Vom Dings her. Ich glaube, dass du die einfach mit... Die interessieren sich nicht für dich, wenn du nur eine Nahkampfwaffe an hast. Und... Und so weiter. Also... So ein bisschen wie die Borg. Wenn du keine Gefahr darstellst, dann... Sehr schön. Oh, oh, da kommt wieder einer abgelaufen. Ich glaube, das ist in der Hütte. Oh, okay. Ich habe noch 16 HP. Ich muss mich jetzt erst mal verbinden. Ja, ja. Warte, ist der Heftigohr? Da kommt wieder einer. Ich läff' gerade in die falsche Richtung, merk' ich. Oh, oh, oh! das ist schlau die marke macht richtig wenig schaden aber interessiert sich auch gerade nicht für dich doch nicht doch da kommt wieder einer oh 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 tot das ding ist dann auch wichtig muss man mitnehmen ja bist du schon wieder auf weg ich bin jetzt gerade auf dem weg ja ist er tot oh weiß nur nicht wo ich lang rennen soll damit der dämliche bär mich nicht wieder frisst also wir haben den bären nicht gefunden also wir hatten keinen bären wir sind lang gerannt ähm und zwar ist das äh hast du ja bei n ne bei o 13 ist so ein kleiner ohr du rüchke genau da bin ich auch lang gerannt und da hab ich den bär gefressen wow der kam aus dem nix die springen die ganze zeit vom dach ne die sind über dir auf dem dach ach so ja die springt vom dach auch gut was sind das für zombies bauen die hier die ganze zeit oder kann man auch oh oh da ist gerade einer von mir gespawnt mal geantwortet ist das xp wenn wir gespawnt? ne ne? ich glaub nicht weil das ist nicht verknüpft das ist nicht verknüpft die äh der skill mod kennt die zombies nicht genau ist immer ein bisschen schwer so was zu antworten während man selber gerade zombies tötet und mit dem überleben kämpft aber äh danke jörn für die Übersetzung so ich bin jetzt am airfield wo bist du denn genau? äh hier hinten sind so zwei große säulen und ein turm ähm warte mal wir stehen auf den hallen drauf siehst du die großen hallen? das sind so drei hallen nebeneinander ja jaja die die zwei säulen seh ich unten zu unserem kaputten heli ne? den kaputten heli seh ich noch nicht mach hier meine so mach hier gerade so ein paar konnten kaputt natürlich waren da den E-Sitz in der 2-0 drei säulen sich vor also wir stehen direkt zwischen den säulen jetzt ah da ist er doch aha das 7 radioaktiv ist scheiß egal nein 14 hast du geh zurück geh zurück das zieht dir alles Leben ab du musst da raus ja sonst gehst du wieder drauf du hast doch gesagt dir passiert mir nix ja wenn ich dir hast du Holz mitgebracht wie ich dir das aufgetragen hab wenn der dir Kleidung macht dann ja ich hab doch Kleidung an nein du brauchst Rüstung hast du Holz mit? warte ich hab Anti-Red Pillen gefunden ne ne ich guck mal gerade wegen Holz ich bring ja auch zwei Anzüge mit haben wir ein bisschen mit boah das macht ja richtig ordentlich Aua ja wie viel Holz brauchst du denn? ein Baum müsste reichen ich werde dir die ganze Zeit mit Pfeile man ja ist das gut oder ist das? hab ich mir da gerade komisches gehört ich hab auch noch Holz hier hier Holz ja reicht 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 da liegt auch nochmal jetzt nimmts ich will einfach nur zu euch Alter ich muss noch so weit auch Verbände wie kann ich Verbände craften? Stoff dafür hab ich hab ich hier hab ich dir noch einen Hut gejobbt wenn das was hilft ne Hut hilft nicht ja dann wo ist das? unter was stehen denn? Verbände steht unter Medico ja wollen wir jetzt mal unten in die sewers gehen oder schauts aus warte 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 erst mal gehen bei ihm hier das hier musste aufnehmen und anziehen hast du genug feile mein freund ich hab noch 32 ich hab mir noch 12 ja du musst ja habe ich teilweise auch gemacht teilweise ich habe fast 200 ich habe schon vorgesorgt ich würde es gerne noch zu erschaffen bevor es noch das reicht jetzt was ich habe da diese eine rosenrüstung es dauert nur 60 sekunden bis das nächste teil kraftet habe da so schön wäre es und das war es jetzt also es gibt es gibt helme es gibt handschuhe es gibt stiefel es gibt hose das reicht aber für die zeit reicht das was du hier da ist noch ein helm für die zeit reicht das du siehst es ja auch wenn du tab drückst kannst du nehmen deinem schaden radioaktiv zeichen und dann siehst du wie viel resi du hast dagegen müsste jetzt irgendwo bei 25 oder so sein ich habe 19 ja oder so aber er müsste er hat den helm noch also müsste er bei 20 25 rauskommen also ich gehe wieder ins e-filt rein ne warte ich habe noch ein knochenmesser für dich radioaktiv bin ich bei 18 jetzt was bringt nochmal knochenmesser genau das ist das beste für fleisch und stoff und so abarbeiten und das geht solange du das an tieren oder menschen benutzt geht es auch nicht kaputt oh ja das gut auf wie viel hp sollte man sich mal hoch drücken ja wenn du kannst du wirklich wie gesagt wenn du kannst auf 100 und da nimmt man auch verbände für ja wenn der essen nachher gibt es ja noch wenig jetzt also muss man nur erstmal können im moment hast du halt eben nur verbände ja ich wollte nur wissen nicht dass ich jetzt hier gerade total was verkehrtes machen wie jeder zusammenschreit und sagt bist du bescheuert sind doch nicht die teuren verbände dafür ist ein bisschen nervig mit den verbänden aber ich muss ich bin eigentlich schon wieder voll halbautomatisches waffengehäuse brauchen wir brauchen wir die blauen plan diese wasserdichte plan die können wir nachher zu scrap machen ja also blechschrott brauchen wir wahrscheinlich auch ne ist doch egal ob es doch jetzt lass uns mal hier ein bisschen was killen jetzt will ich mal hier auch warum hast du eigentlich schon wieder so einen teuren anzug an wer zuerst kommt und so ne ja ich habe den in die base gebracht und er hat sich einfach ge geiert weißt du warte mal wo ist denn hier das wo ist denn hier das er wieder nicht reinkommt der ist so ein krüppel der typ leute ich habe für jemanden eine blogpause um den tisch zu machen wenn jemand will so björn wo bist du ach da bist du beim essen natürlich ist er beim essen weiter tag geht aber ganz schön lang ich habe eine leere thunfischdose gefressen bekommt mir die tut wahrscheinlich weh also wenn du nachher aufs klo muss dann wird schmerzhaft ja sag ich ja da tut es dann weh warte wo zeigen wir auf einem flugplatz ja ich gehe gerade in den kurzen türm verlässt man sich einmal drauf dass der dicke was trifft ich bin auch in der nähe vom flugplatz ich sehe ihn endlich ich muss erstmal wissen was hier abgeht ich komme zu euch oh gott oh das hört sich nicht gut an ich bin im kurzen turn meine freunde ist da aber was drin oder gehe ich jetzt umsonst durch weiß ich nicht muss ausprobieren final test test keine kiste ach keine kiste schwul der tag ist aber krass lang mit dem knochenmesser kannst du die jajaja das habe ich schon gerallert immer mit der rohe mein freund nicht so aggressiv halt jetzt die schnauze der ist immer so kenn ich mich anders das ist so aber er hat mich gestern zum kinamann eingeladen kinamann ja darauf bin ich ihm auf ewig dankbar du hast ja kaum noch gegessen ach komm ich hab genug gegessen ein teller ja aber der teller war zwei ach komm es waren mindestens zwei portionen auf dem teller lootet man das raus aussehen oder ja ja du kannst das nachher scrabben also wir brauchen scrap metal halt und nachher gehen wir noch zu einem automaten hin und dann zerlegen wir das in die bestandteile und dann passt das warum droppen die kein ach doch jetzt krieg ich stopp schön oh ich sehe endlich was wo ist dieser verarbeiter oder wie heißt das ding schneller oder so ne ja der recycler wo ist denn der hier weißt du das der ist äh ach hab ihn alles klar ja du musst mir mal eben verbände äh da kommt was angerannt jetzt verstehe ich auch das mit dem recycler und so ich muss dir verbände craften ich bin gerade schon dabei ach so du hast irgendwas gesagt ach so ich muss mir verbände ich muss mir verbände ja ja jetzt hab ich's auch verstanden oh was hab ich denn da gekriegt hochwertiges metall mhm ich will vorsichtig sein bei der base direkt neben uns äh da sind Staffeln drum rum ja ich wollte ins fenster gucken und ich bin fast gestorben purple läufst du gerade auf dem airfield rum ja wo bist denn du okay ähm genau gegenüber von dem turm wo du jetzt vorstehst bei den großen hallen und ich bin im ich bin beim ich bin beim recycler gerade genau du läufst jetzt gerade auf uns zu aber da sind Zombies gespawnt ja spawnt einfach ein zombie in meiner fresse was soll denn das das ist aber frech Mensch 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 ah das ist er ja das ist er endlich ich habe es geschafft äh sag mal du hast jetzt aber deinen ganzen du bist jetzt komplett voll mit Loot ne ja ich bin komplett voll guck mal ich hab ein geschenk dabei ich bin gleich voll hier äh für den für den dicken win rohöl kann ich verarbeiten ne oder oder brauche ich das an sich so rohöl rohöl aber das musst du blubbern das heißt das geht nicht über den recycler ja ja aber das geht über die raffinerie oder genau das tue ich da jetzt einfach rein mit holz mit holz und dann lässt du das durchklubbern anschall ähm 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 wenn ihr jetzt voll seid mit Loot dann macht euch schon mal wieder auf den Weg nach Hause ne aber da passiert nichts da verbrennt gerade die ganze Zeit nur holz und das dauert ne Zeit warten ah ja ah ja ok ja ok ok die jugendruppe ist so ungeduldig ne das schlagelpistolenägel zahlenschloss der Trainer äh äh ja die Bärchen ja du hast da grad ein paar Leute ange... blockt danke oh ja warum macht ihr nicht einfach hier zur Tür und killt sie vor die Tür weil hier rennen sie eigentlich nicht großartig rein pullen und umnatzen pullen oder umnatzen pullen oder umnatzen pullen oder umnatzen so hier ist es einer von euch der da vorne rumläuft beim raffinerie Ding ähh muss man mal eine Maus mal ein zweimal machen also wir sind beide bei den großen Heimen alle drei alles klar ok immer die Pfeile mitnehmen so die Marete liegt im Boden drin auch gut 56 Pfeile hab ich noch äh ich hab fast 200 reicht noch ein bisschen ne ich hab 100 ich bin mal kurz AFK die Zombies wollen es wissen ja gibt es irgendwas wo man mit schneller schießen kann nee ich glaub die ist ganz schön stark nachher müssen wir halt jetzt erstmal ein bisschen craften führen oh pass auf oh scheiße scheiße und nachladen und noch einer und noch einer jetzt hau ab du es ist gut was hat denn da gerade geschossen ich er hat ne Shotgun gefunden irgendwo ja aus dem Airtrop ja jetzt bin ich am bluten wegen dem Sacken ey das geht doch voll nicht hier ich hab noch nen Hut hier wenn einer den Hut haben will ne ich will jetzt gleich erstmal wieder zurück zur Base ich brauch unbedingt in den Kisten hier eigentlich was drin ja also nicht in denen ne 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 nur in denen die Bänder drum haben ja die die Bänder drum haben beziehungsweise welche die grün sind ja ok so kleine Kisten die grün sind naja also man geht hier eigentlich nur kurz rein gucken dann gleich für die nächste Lagerhalle ich mach das ganze mal bisschen schneller hier äh oah laggy zombie alter wie viel laggy ich hab' ich camp einfach auch einfach oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit Frau Schmidt ich muss äh noch einer oh Gott ich muss ganz ganz drinnen hier ich bin gleich tot ne ich muss nicht mal kurz verkriechen oh nein ich werd verbluten wenn noch 4 OP ok deswegen hab ich gedacht du sollst äh ok ich werd doch nicht ganz verbluten aber fast ja ne Frage ja bitte ich bin hier in irgendeine Höhle reingerannt bin auf 2 HP äh es ist dunkel und du kommst nicht wieder raus also ne es ist nicht dunkel ich hab tausende von diesen Hüten dabei ja die Licht machen oh nur man kommt nicht wieder raus das hatte ich doch letztens auch ok wir müssen unbedingt heilen bevor ich draufgehe also irgendwie gibt's kein Ding nach draußen hängst fest oder wie so zu sagen ja ja es gibt irgendwie so ein so ein Jumper John Stinkel gemacht ja gibt es aber ich hab's auch nicht geschafft aber hier war grad irgendein Jumper John ich geh jetzt einfach oh keine Lust zu sterben ich warte noch mit der Blume rauf dann komm ich auch zurück bitteschön danke du komm gar nicht rein weil du der hat ein Schloss gemacht der sagt willst du viel raiden oder was? weil der Staffel vor seiner Base hat also ich geh jetzt zurück nach Hause ja ich komm auch gleich an die Airfield Truppe ich warte noch bis hier ich hab jetzt 101 einfaches Öl einfacher Brennstoff ja da ist da kommt noch noch bisschen was gemacht ich heil mich jetzt erstmal ja also Airfield Truppe ich geh nach Hause ja muss ich auch dringend ja dann ich will mit erstens kein Bock zu sterben und zweitens das ganze Inventar voll ach ihr lasst mich jetzt einfach alleine mhm ja ja das war der Plan was bringt nochmal Hunter äh ja sehr gute Frage ich hätte jetzt gesagt einen Pfeiler abschließen ich glaube das ist wegen Tieren also dass du mehr aus Tieren rauskriegst äh Hunter increases gather rate from animal resources ja müsste dann auch für Zombies gelten eigentlich weil auch Menschen als also Humanoide werden auch als Animal quasi ok 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 äh kriegst du auch Tierfett von Menschen äh die Kohle nehm ich auch mit ne für Gunpowder ne ja ja knapp knapp jetzt sind wir da wo war dort ja das ist doch gar nicht weit weg ok das dauert ja noch ewig bis das fertig ist jesu na 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 Oh, jetzt wird auch gerade dunkel. Oh Gott, ich will nicht im Dunkeln hier durch die Zambi-Apogalüfte zurück. Na, da vorne sehe ich die Bases. Die Augen laufen doch, leuchten doch. Siehst du doch. Ich sehe endlich Häuser. Welches davon ist unseres? Ich glaube das Größere, ich bin, also das... Das aufs Stein wahrscheinlich, oder? Das aufs Stein, ja. Sehr schön. Ähm, brauchen wir eine benutzbare Drehscheibe? Nö. Ich weiß nicht mal, für was die gut ist. Wenn du sie jetzt nicht recyceln kannst noch, dann lass sie da. Stimmt, 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 ja, recyceln. Hm. Was ist los, Dustin? Sprech dich aus. Ich hab ein bisschen viel Low-Grade-Fuel. Das ist doch immer gut, da kannst du uns doch gleich Öfen mitbauen und kannst, äh, die da hinstellen. Oh, dann lass sie dann so. Ja. Ich hab Metallfragmente 325. Auch super. Ach, warte mal, wir brauchen hier mal. Sag mal, will jemand nochmal zurück zum Airfield kommen und mich dann, äh, abholen und... Ich hab so viel Kraft dabei, ich will jetzt nicht sterben. Ja, morgen früh kann ich das gerne machen. Morgen früh, sagt er. Ja, so morgen früh, ne, Server teilen. Guck mal, warte. Guck mal, warte. Haben wir hier ein Licht? Ah. Ich hab ein paar Lichter dabei. Die häng ich jetzt auch direkt auf. Ja. Zack. Ist doch schon heller. Aua! Wir hatten da solche Dinger hingebaut, ey, und das im Dunkeln. Warten für Dinger. Im Dunkeln. Stacheln. Oh Gott, ist ja dunkel. Ich hab Angst. The Zombies will show you the way. Irgendwann wäre relativ wenig Platz hier drin. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch vergrößern, aber das war ja auch erstmal die Anfangsspace. Was, äh, was, was mach ich denn jetzt hier mit dem ganzen Zeug? Ich hab hier tausende von Messern und alles. Wo soll ich denn das hier reinpacken? In die Kisten irgendwo. So. Die sind doch alle voll. Ja, Moment. Alter Falter, Alter Falter. Jetzt bleibt doch mal ruhig. Wer hat die Metallsplitter? Ich hab die hier. Und du bist noch nicht da? Ja, ich bin hier noch bei dem Blubber-Ding-Dings von uns da. Bei der Raffinerie. Sehr schön. Also können wir keine großen Kisten bauen. Ja, ich hab doch gesagt, er hätte noch einer mein Stuff mitgenommen. Ja. Ja, ich weiß, es hat alle voll. Äh. Merkbar. Hier machen. Ah, Sachen reparieren, ne? So. Ah, wunderbar. Läuft auch schon, ne? Immer splitten. Also, die Dinger. Uiuiuiui. So, dann haben wir da gleich schon mal. Ich mach gleich große Boxen. Dann... Ich hab auch noch ein Regal, ne? Ein Regal hab ich schon hingestellt. Achso, cool. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Platz. Also wir müssen ja auf jeden Fall ein paar Wände noch durchbrechen. Ja, ähm, diesmal bitte die Kisten nach Sachen sortieren. Weil ich kann das halt haben, wenn das so random alles da drin liegt. Ich weiß nicht, nach Ressourcen, Verbrauchsgegenstände, Waffen. Aber so viele Kisten haben wir noch gar nicht. Ja, aber das können wir durchbauen. Das kommt. Das kommt. Bin auch gleich fertig. Ja, aber die hab ich durch ihn geklatscht. Gibt's doch ein Lichtschalter? Nee, die musste aller... Alle einzeln. Ist ja witzig. Wasserfassbomber bestimmt auch, ne? Kann ich auch machen. Schmelzofen. Ich hab 206 einfacher Brennstoff. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, alles ist einfach. Und ich hab auch so'n... ...so'n Hesmitrück gefunden. Im Flur hätten wir vielleicht mal Licht gebraucht. Ja, dafür hattest du dir nicht mehr gerecht. Habt ihr schon ein bisschen ausgebaut, die Base? Ja, ja. Okay, ich bin fertig, meine Freunde. Ich mach mich jetzt mal auf den Rückweg, ne? Ja. Tun sie das. Wie war noch mal die M12, ne? Nee, M15. Ja, irgendwo da. Ja, irgendwo. So, vielleicht. Das dauert eine Weile mit einem Ofen. Hat doch ihr nicht gesagt, ihr baut noch ein paar Kisten? Ja, wir müssen auf die Metallfragmente warten. Ja, schmelzen. Wie sehen die denn aus? Die Metallfragmente? Ja. Ja. Ja, geh, guck in den Ofen rein. Dann siehst du sie ja. Im Ofen dort fünfte. Also das 1 von rechts quasi. Ach so, die Scrap Metal. Ja, genau. Ähm, man braucht dafür... 50. Und warum bauen wir nicht mehr von diesen Öfen? Weil ich gerade auf dem Weg zurück bin. Weil wir kein Low-Grade-Fuel haben. Äh, hier war doch gerade Fuel in einer Kiste drin. Aber nicht das Richtige, oder? Was ist denn das? Ach, ein großer Kanister Wasser. Das denn? Hast du nicht gesagt, du hast Fuel ohne Ende? Ja. Ja, dann beweg mal deinen Hintern hierher. Das ist aber nett. Er darf das. Ich bin auch gerade auf dem Weg. Seht ihr mich? Hallo? Seht ihr mich? Seht ihr mich? So. Guck mal. Es ist auch im Flur hell. Dem, dem... Ja! Wir haben auch im Flur gepflegt. Habt ihr nicht irgendwas von Spikes gesagt im Dunkeln? Ich hab Angst. Das ist bei Phil in der Base. Ja, hier ist dunkel. Ich seh keine 5 Meter weit. Warte, ich komm mit ner Fackel raus. Leuchtturm-Modus aktiviert. Hallo? Was, wo hier? Das dauert echt lang. Weiß ich nicht, ich stehe vor dir. Eine Kiste können wir immerhin jetzt machen. Ja, bin dabei. Ich weiß nicht, wie du bist. Ja, warte, ich bin gerade an irgendeiner Base. Ah, das ist die vom Film. Aha. Ach, da ist in die Stacheln. Okay, aha, aha. Hier, hallo, hallo. Hier. Hallo. Achso, ich kann ja erstmal... Wo ist denn hier ein bisschen Platz? Hm. So. Ähm. So, was soll ich das ganze Zeug rein tun? Ist ja alles voll. Ja, er baut ja gleich ne große Kiste rein. Ja, warte, warte doch einfach mal ab. Immer locker bleiben. Er hat schon den Plan. Ja. Ich dropp einfach mal alles für den Autor zum Craften, ne? Hier, zack. 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 Guck mal. Ja. Ja, dann... Die Stacheln mitten hier drin? Meinst du, die machen sich gut? Nein, die machen sich hier gar nicht gut. Ich kann sie hier mitten rein bauen, ey. Mitten in euch rein. Ob ihr dann gleich alle verreckt? Ach. Ja. Das Spielkind ist wieder wach. Wie hört es raus? Mhm. Wie hört es raus? Äh. Du hast... Ich hab noch einen Gut bei dir. Denk dran. Für? Für meinen Skorpion. Achja. Scheiße. Stimmt. Da war ja was. Ja, Leute. Dann, äh. Also, vier Kisten. Drei Kisten brauchen wir noch. Drei große. Dann haben wir das Regal schon mal voll. Wie mache ich denn diese großen Kisten? Zack. Große Holzkiste. Ich brauche Holz. Äh. Ist im Ofen mehr als genug. Äh. Ja, Leute. Baut doch einfach noch mal so drei, vier Öfen, bitte. So geht. Wenn ihr noch hier das... Das ganze Lowgrade habt. Bitte noch mal so drei, vier Öfen bauen, bitte. Oh, ich hab das ganze rausgenommen. Äh. Bitte noch mal drei, vier Öfen bauen. Ja, ja. Ich hab kein Ding mehr. Kein... Kein Lowgrade-Fuel mehr. Ich hab dir alles gegeben. Ich hab doch gar nichts genommen von dem Lowgrade-Fuel. Ich hab's. Ja. Achso, irgendjemand hat von mir Lowgrade-Fuel genommen. Ja. Achso. Ja, ihr. Ihr da. Ich hab irgendwie... 200 getroppt oder so. Ja, ja. Hab's. Ja. Der Björn hat... Björn hat wieder hingegriffelt. Ne, ne. Ich. Und dann er. Und dann er. Okay. Ähm. Wie kriegen wir das Ding denn jetzt hier mal ein bisschen größer? Krieg ich jetzt ein bisschen Local School, dass ich die Öfen bauen kann, oder? Ich hab... Ich mach schon, ich mach schon. Achso. Ja. Außerdem sollten wir doch vielleicht mal so ein bisschen bauen, dass die nicht gleich an die ganzen Klamotten rankommen, ne? Ja. Das, äh... Aber das war ja auch nur die Starterhütte hier. Also ihr könnt wieder machen, was ihr wollt. Solange ihr euch hier an dem, an dem Ding hier autorisiert, könnt ihr hier bauen. So, ihr könnt die Wände einreißen, ihr könnt... Wie kann man die Wände einreißen? Ne, einreißen nicht. Ja, ich weiß nicht, ihr müsst, äh, die glaub ich kaputt machen. Ja. Aber da hab ich kein... Ja, komm, wir bauen jetzt einfach hier an. Alter, ich hol gleich ein paar Ressourcen. Ja, genau. Anbau, erstmal anbauen, die Durchbrüche können wir doch nachher machen. Ich tu jetzt meinen ganzen Stuff in die große Kiste, die ich gefunden hab. Airdrop kommt wieder. Mach da mal drauf, wann er droppt. Komm schon, dropp in uns, Ranea. Hm, okay, anscheinend nicht. Ab wieviel Uhr wird's hell? Circa? Äh, acht ungefähr, glaub ich. Mach mich trotzdem auf den Weg zum Air-Drop, ich geier den jetzt. Da hat er noch nicht mal getroppt. Jetzt hat er getroppt. Und das ist ein ganz schönes Stückchen. Ich lauf trotzdem rein. Warum ist denn hier schon wieder kein Licht mehr an? Wer hat denn das Lagerfeuer ausgemacht? Ach, ist kein Holz mehr drin. Jungs, also das mit der WG hier, ich hab irgendwie das Gefühl, das funktioniert nicht. Ja, ich denk mal, irgendwann hat doch eh jeder seine abgetrennten Zimmer, oder? Würde ich sagen. Und ich mein... Oh, mein Item ist broken, schade. Ja. Okay, der ist schon ein ganz schönes Stück weg. Jetzt wird hell. Ja, das Problem ist, wir müssen ja erstmal Ressourcen sammeln, dann können wir anfangen, jeder auch auszubauen. Ja. Oder anzubauen. Die Holztür machen doch, glaub ich, so oder so nicht großartig Sinn, oder? Naja, doch. Die... Nicht, wenn sie nicht abgeschlossen sind halt. Ja, genau. Nicht, wenn sie nicht abgeschlossen sind. Aber zum Abschließen brauchen wir erstmal... Ähm... Zahlen... Codes... Zahlen... Wie viel kostet das? Auch Fragmente 100, oder so? Mal nach Zahlen, ja? Ja, genau. Ja, auch 100 Fragment. Ja, das Abschließen ist blöd bei so vielen Leuten. Wer stellt denn hier so hässlich die... diese Öfen hin? Ich... Ne. Frage beantwortet. Und sei bloß, sei bloß ruhig. Du kannst sie ja nachher nochmal aufnehmen, wenn sie dich stören, und dann... Ach, die kann man... Du kannst sie dann, wenn du den Hammer equipt hast, kannst du sie aufnehmen. Aha, aha. Und die Wände, kann man die auch mit dem Hammer... Leider nein. Die muss man kaputt machen. Boah, wer will denn sowas? Also bauen wir dann jetzt hier drumrum quasi. Erstmal drumrum und die Durchbrüche machen wir nachher. Können wir nicht ne zweite Etage bauen? Wir können auch ne zweite Etage bauen. Zu mir ist das alles vollkommen Lulle. Ihr könnt euch ja auch eigenes bauen, wie auch immer. Ist doch egal. Ja, 3030 Punkte. Ich brauche 3030. Ja, nur das macht ja nicht viel Sinn, wenn jetzt hier jeder sein eigenes Ding macht. Ist ja jedem selbst überlassen, doch. Ja, aber wir sollten ja eigentlich mal gucken, dass wir das, was wir haben, auch geschützt kriegen. Ja, deswegen laufe ich zum Airjob, vielleicht ist da ein Geschützturm oder so drinnen. Äh, ich hab zwei. Oh, er hat zwei. Ja. Irgendwer ist da in Pfeilen reingelaufen. Ja, ich schade. Also ich glaube, dass Phil richtig, richtig Ärger kriegt, wenn der wieder kommt. Den scheiß Dingern. Das hat er gemacht wegen der Fenster. Das hat er vor die Fenster gemacht. Ja, weil ich ihm gesagt habe, dass Fenster pvp scheiße sind. Also bist du schuld? Ja. Ja, genau, ich bin schuld. Ich mach erstmal Pause. Mach das. Okay. Muss da auch was sein. Genau. Bis später. Bis später. Bis später. Ciao. Jetzt heißt es erstmal Materialfarm, ey. Ich hab dann etwa was in den Augen verloren. Nein. Ja, das ist mir vorhin auch passiert. Dann bin ich in die Richtung gelaufen, wo der war, und dann hab ich ihn aber irgendwie nicht mehr gefunden. Bitteschön. Ist richtig nervig, wenn man den mal verliert. Ja. Wenn der dann noch irgendwo im Berg landet. Wuhu. Gleich wieder da. Oh Gott, ich sterb gleich. Oh Gott, das war keine gute Idee. Oh nein, 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 oh nein. Wem, was stirbst du denn? Zombies. Achso. Deswegen nehme ich immer einen Stein in die Hand. Dann machen die mir nichts. Oh ja, jetzt hören sie auch auf. Jetzt hab ich dich einfach die Spitzehack in die Hand genommen. wenn du keine waffen das interessiert und wie das sich kontakt hergestellt oder nicht mehr ja ja doch und natürlich jetzt kommt wolf alter bei dir geht auch gut action ach na ist aber nicht wo sind denn die ganze metall fragt man wie viel brauche ich denn um in der spitzhack zu machen und metall kann ich dir nicht beantworten also wenn du die spitzhack noch nicht gelernt hast ach so erst mal lernen alter stelle und sonst halt 125 so riechen ich baue mir jetzt einfach mal irgendwas komisches hier hin dass mich mal ein bisschen damit auskennen mich noch nie irgendwas gebaut ist nicht ob das so nice ist er soll ja eigentlich kleines dorf werden so nach dem motto ich habe halt noch nie was gebaut deswegen habe ich mir gedacht okay jetzt guckst du mal dass irgendwas so groß hat durch die ressourcen fahrmann scheiß auf den airdrop jetzt da ist das jetzt macht das auch alles sinn so geht denn das jetzt nicht ach scheiß die wand und dann kommt die gestern hier auch die schnauze voll kann man nach einmal noch mal aufnehmen so baut ihr jetzt an oder was oder was macht ihr nee ich hab jetzt erstmal die kiste da ich hole jetzt gleich erstmal scrap dass wir hier überhaupt ein bisschen bisschen was machen können wir haben den nächsten auf dem server der nicht von uns ist übrigens so läuft also zombie ist doch mehr gefragt nach irgendwie ja keine ahnung es ist einer der wenigen server zumindest auch die das rpg tool mit drauf haben was ich gar nicht verstehe also das bietet sich doch an die zombies und das rpg da irgendwie mit zu nehmen meine leiche jetzt noch da liegt aber hat die die sporn nicht so schnell das habe ich damals aber auch rennst du hin und dann wirst du direkt wieder von irgendwas zerfleisch zu b funktioniert das mit dem team oder nicht haben wir gestern nicht rausfinden können im testlauf müsste dann also wenn du thema machst müsste heißen bei thema äh war auch eine verarsche level 1 ist wolf level 2 ist bär also lohnt sich wohl im moment nur zwei level reinzusetzen was war denn da los ok ich brauch mehr holz ich hätte mir auch mal ne axt machen können ich sparen mach doch auf jeden fall irgendwie mehr bock als normal ja finde ich auch um einiges naja es kommt drauf an ja vielleicht liegt es auch jetzt daran weil wir so viele sind aber weißt du mal ich finde normal hat auch seinen reiz wenn der server einigermaßen voll ist und du da gut pvp kriegst mal also für thema muss man level 50 sein level 1 ist dann für hühnchen level 2 für bär level 3 für weiß ich nicht level 4 für wolf ok und 6 ist für fährt und was bringt einem das dann dass du die viecher wahrscheinlich reiten kannst oder eher gesagt als haustier haben kannst irgendeiner ist ja gerade verreckt wer ist denn das da der an der vorbeigerand ist aber das vielleicht der an der vorbeigerand ist das werde ich gewesen sein hüpft das warum haust du eigentlich immer noch mit dem stein auf den sachen rum mit was soll ich ihm sonst da drauf umhauen naja bau dir doch hier eine axt und kram hier mein gott hier nimm dir das das eine ist für stein das andere für holz die spitzhacke ist für stein die andere hake ist für holz ja wir müssen uns ja auch erstmal einfinden wir haben keinen platz mehr ja anbauen ja sehr witzig ich kann sich hier eine wand abreißen nein erstmal anbauen und separaten eingang durch durchbruch machen wir später das dauert vor allem auch eine zeit nachdem was doch wieder also die greckbank nochmal in extra rum genau erstmal anbauen oder oben drüber wie du willst hast du mit kuh dass du da ein craft menü hast hat dir noch keiner gesagt ne ach das wusste ich auch nicht pjörn ja das kuh das craft menü das hat dir noch keiner gesagt ne doch achso natürlich das wusstest du ne ja sicher ja gut ja hat dort keiner gesagt gut ok ne warte ich mich dann wundere warum du immer noch mit dem stein rumgelaufen bist wie soll ich mir was herstellen wenn ich keine materialien habe du hättest sie ja doch aus dem schrank nehmen können sharing is caring wir finden uns schon noch einen ja also ich hab da keine bedenken dass das irgendwann passieren wird aber mein körper ist mir gefraut der björn ist doch eigentlich nicht so also aber viel unterschied macht das jetzt nicht doch schon oh mein charakter ist despawned direkt macht schon einen ordentlichen unterschied also beim holzhacken finde ich jetzt nicht komm jetzt wies du komm jetzt eigentlich so falsch wäre ich irgendwie übertrieben schnell ist irgendwie ein bisschen weird okay mein charakter ist doch nicht despawned aber ich finde das immer cool man muss bei pete immer nur eine minute warten dann meistens widerspricht er sich dann selbst mit sowas haha was macht das ding hier was bringt mir das öffnen ich bin hier bei so einer komischen pump station ja das ist der werk der werk ok ähm ja also es kann sein dass das ne ähm ne ölpumpe ist da packst du low grade fuel rein und dann alter hat der baum viel ausgehalten dann pumpt die öl raus das gibt's auch für steine das gibt's für sulfur das gibt's für metall die dinger müsstest du irgendwann auch selber bauen können sagst du ich werde es hier suchten wie sonst was ja ja mach doch ja das andere ist schon stundenlang gesuchtet ja freue mich doch wenn du dann hier da erstmal schön gepflegt ein bisschen nolives ist immer was los auf dem server so findet man schnell ins game das bauen in dem sp ist immerhin einfach gehalten was war das ist ins water treatment plant und hat die zombies gesehen ich finde es so einfach gehalten ist ein leichter einstieg aber eine menge mehr als es komplexer als man denkt hier ist noch eine base gebaut worden aber nicht gerade klein ist meine wahrscheinlich oder auf dem berg ja ich mache mich gerade ein bisschen mit dem ganzen bauzeugs vertraut ich verstehe was ist los das will ich ja nicht ich mache das hier ein jenna ich 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 3 zuwärtskommal kraften jetzt führt ein musst du es ist aber auch echt angenehm dass man hier so viel stecken kann da habt ihr viel zu verdanken er hat mich da extra gestern noch darauf hingewiesen dass das angenehmer ist wenn man stecken kann das macht es so viel einfacher der andere server ist halt bei der lande das hat gar nichts drauf das ist was ist in der ursprungsversion macht auch spaß aber ich muss sagen hier mit dem schwerer ja es nicht so viel quality of life geschichten wieder ich habe nur die schütze so warm zusammen ich habe nur die schütze so warm zusammen Oh! Nein Achso, der macht das automatisch dahin Welche Base ist jetzt unsere? Warum ist hier einfach ne Tür? In der Base? Ach ja, hat jemand angebaut. Aha Was ist das, ne Workbench? Aber da hab ich kein Zug drauf Ok Wie, du hast kein Zugriff drauf Oh gut Alter Ja Ich kann auch nicht auf die Öl hinzugreifen Äh, wahrscheinlich Ich weiß nicht Hat der einen neuen Werkzeugschrank vielleicht umgestellt? Es ist gerade irgendwie lag Es ist gerade lag gewesen Ah ja, okay, ja, es war lag Ah, da kann man das abbrechen Boah Die ganze Zeit wollte ich schon sagen, man muss doch Craft immer abbrechen können Ja, aber das Kuh geht Ja, ich hab's gerade gesehen Die ganze Zeit gedacht Hm Ist aber doof So, erstmal was futtern Ich muss mir auch unbedingt ne Axt und so machen, ey Muss gleich mal zu euch vorbeikommen Ja, ja, wieder Masse, ja, jetzt zuhören, ne? Ja Was sind denn meine... Natürlich sind die Wasserflaschen alle leer, die ich mitgebracht hab Und ich bin am dehydrieren Ich hab ein Wasserkanister mitgebracht Mit irgendwie 800 oder... Oh ja, oh ja, ja Und äh, nehm ich jetzt die Flasche und zieh die da drauf, oder was? Ah ne Trinke Inhalt, okay Wie kann man die eigentlich nachdenken? Das geht ja nicht Aber dafür brauchen wir bestimmt zum Wasserfass Ich hätte es ja auch noch immer holen können Boah Äh, ich komm mal vorbei So, äh, hat jemand Bock mit zum Dome zu gehen? Wo ist denn da überhaupt? Oder Computerbahnhof Weiß nicht mal, wo die ganzen Sachen sind Was ist das? Otter ist gerade... Äh, gar nicht da Otter ist bei... Gas station Das bin ich Alter Na, da hab ich ein bisschen was Größeres Hehehe Hehehe Brauchst du jetzt eigentlich noch so'n Anzug, oder? Hast du schon einen? Ne, ich hab schon einen Oh, okay Was ist denn hier los, ne? Da ist ein Eis angebaut, da ist ein Eis angebaut Ich kann die welche zu machen Das kommt noch nicht rein Das hat aber auch einer genau abgemessen, oder? Ja Ja Bleibst du sogar kurz stecken Äh, jetzt Hat noch jemand von euch ein Seil für mich? Ah ja, ich hab schon, hab schon Tu es, da Muss man ne Axt und so eigentlich erster lernen, oder kann man die immer machen? Ja Also die Standard-Axt kann man immer machen, aber die Metall-Sachen muss man lernen Genau Dat ist schon mal gut zu wissen Ich geh mir übrigens mal mein Metall noch irgendwie abholen Äh, wo ist denn die Wo ist denn die Workbench? Die ist drüben, ne? Ja, im anderen Raum Haben wir schon nen Research-Table? Ne, ich bin grad dabei, Scrap zu sammeln dafür, was wir denn machen können Ja, ich baue auch Muss ich ne Arm-Post, um die zu machen, erlernen, oder was? Nein Weil wenn ich hier auf Craft... Ah ja, okay, 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 verstanden Kann ich da jetzt weggehen, von der Webbank, oder muss ich doch vorstellen bleiben? Ja, ja, wenn du, nein, 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 wenn du einmal, wenn es einmal craftet, kannst du weggehen Ah, okay Alles komplizierter, was sich nicht auskennt So, jetzt dat Ist das doch richtig witzig Das wollte ich noch Nichts eigentlich Wolltest du nicht mit mir jetzt, äh, zu ner Site gehen? Ich wollte auf jeden Fall mein Metall abholen, was ich vorhin da reinhabe Aber dat hab ich jetzt Die ganze Zeit tobt und er trimmt Weiß ich mal, wo alles denn, alles denn irgendwie einfach weg Also ich mach mich jetzt auf den Weg, kommst du mit, mein Freund? Wo, wo ist denn dat überhaupt? Ich seh das hier nicht mal auf der Map Also der Dome ist auf L7 Aber ich war zum Güterbahnhof, Q22 Wie kann man denn so weit gucken, da kann man doch irgendwie rauszoomen, oder? Äh, Rechtsklick Rechtsklick Ach du heilig Oder wir gehen zu einem Schrottplatz Du bist ja mega groß Ja Hoho Mit Absicht, ich wollte so ein bisschen dieses, äh, Wasteland-Feeling Also so ein bisschen diese Das eben, das Ja, das eben nicht überall Menschen sind, sondern man schon so ein bisschen Soll ich, ich muss erstmal weiter bauen, weil ich muss erstmal mein Zeug noch runterbringen, ey Okay, dann mach ich mich alleine auf den Weg Weil mein Inventar ist immer noch voll Ja gut, du wirst jetzt nicht drauf gehen Huff ich Ich weiß ja nicht, was am Schrottplatz so abgeht, aber ich glaub eher nicht Na, du weißt ja einfach keine Waffe in der Hand halten, dann passierte nix Ah ja, stimmt Na, ne Der Heli zählt auch nach passbar Ja, ja, aber ich meine so Also, bei mir war's die ganze Zeit, wenn ich keine auf in der Hand halte, dann machen wir nix Haben die den Summys denn dich in Ruhe, was? Ja Kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, da muss ich nochmal in die Kopfschmerzen Vielleicht ist das auch nur, weil ich den einen Anzug anhabe, weil es nur als ein Teil zählt, ich weiß es nicht Ja, ich werd die Werd mir da nochmal ganz kurz angucken, äh Später Vor dem Restart morgen, das guck ich mir an Morgen ist wieder Restart? Restart, nicht Wipe Achso, achso, ja Ja, ja Restarten sollte man den Server eigentlich einmal am Tag Ja, ja, ist nie verkehrt Oh, endlich mal beim Inventar lernen, ey So, äh Kann ich da da nicht hinhängen? Weißt du, was eigentlich so ein Geschichter, man Munition braucht? Äh, Handmade Shells Also, die Haare gemachten So, was kann da noch rein? Am Anfang ist nichts mit Aufteilen Am Anfang alles in eine Kiste und dann ist es gut Dann kann... Wobei, dort brauch ich nachher, egal, das kann ich erstmal alles Erstmal alle da rein Wobei, einen Stein brauch ich vielleicht nicht unbedingt aufheben Und das auch nicht Das kann weg Jetzt sieht das doch schon mal leer aus Kann so ein Hirsch auch verbluten, wenn ich auf den schieß, oder mit einem Pfeil? Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht Also zumindest nicht an einem Pfeil Gibt's irgendwie Rucksäcke oder so, dass man mehr transportieren kann? Nope Aha, okay Du musst dich halt tatsächlich entscheiden Du musst dich halt tatsächlich entscheiden Ich hab jetzt so viel Loot Wer hast du jetzt gekillt? Ich hab einen Hirsch getötet Ein Steak Ein Steak Ja, ein Hirschsteak Das wird daraus dann Ähm, 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 irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen Also, du gehst halt nachher hin Und, ähm, oder was heißt auch jetzt schon Das, was du nicht brauchst Das, ähm, machst du an so Recyclern Und dann recycelst du das wieder runter auf Scrap Weil du brauchst eigentlich immer Scrap Jetzt nur mal so zum Vergleich, ne, äh, äh, man kriegt aus einem so einen Fass Zwei bis drei Scrap Und für ein AK braucht man zwei bis drei hundert Ja Aber erst mal den Erst mal die Workbench für die AK zu haben Kostet schon mal, äh, tausend, fünfhundert oder so Ja Wir hatten da oben diese fette Basing gebaut Ich Er wollte üben Ja Wollte ich auch Ich hab fleißig geübt sogar Ich frage, wird mir jetzt jeder stellen, wer dort war Ja Ja Tut mir leid, das nächste Mal mach ich dir nur einen Block groß, ja Kommst du in die Tür rein und dann... Blaupausen... Sammelt man die? Braucht man die? Sind die uninteressant? Du kannst ja lernen Du kannst ja alle klicken drauf und lernen Ja Das ist, äh, du machst dann zum Schluss, gehst du halt wirklich nur noch hin und Kannst nur noch über Blaupausen lernen Und dafür braucht man ja auch den Research Table, also Da wird dann das, was du gerade sozusagen da reingepackt hast Ist dann verschwunden Und dann kriegst du halt diese Blaupause und weißt dann Wie man das sozusagen craftet Aha So ein bisschen wie in diesem einen Ben Affleck Film Weil, weißt du, wenn ich nicht mein, äh, Paycheck Aha Ja Ja, aha Genau Warum kann ich in diesen großen Schrank nur bestimmte Sachen reinpacken? Nur Materialien Ja, bei der Schrank... Schießt ihr los Du musst da auch Sachen reinpacken, wenn du zum Beispiel eine Base aus Holz hast oder so Musst du Holz rein, das nicht kaputt geht Also der Schrank ist eigentlich nur dafür da, dass die Base nicht zerfällt Aber da er eben, äh, da du da Holz, Stein und so diese Grundmaterialien reinpacken kannst, nimmt man ihn halt als Lagerfläche Okay Okay Der ist auch dafür da, dass du nicht, ähm, wenn du keine Autorisierung hast, kannst du auch nicht Quasi an der Base drumrum bauen Sag mal, wer hat denn diese große Base hier gebaut? Ich nicht, ja Ich habe auf jeden Fall jetzt, äh, 1600 1000 720 Liter oder Milliliter zu trinken hier Pffa Was tut das her? Ich war beim, beim Klärwerk und da die Zombies gekillt Da lag dies so viel Wasserfall, ne? Halleluja Ja, immer diese blauen 800 Milliliter, die sind da immer Genau Das kann man immer gebrauchen, ne? Ey, hier gibt's in dem ganzen Wald nicht einen Stein, den ich mal abbauen kann, oder wie? Komm schon Ich brauche nur einen Stein Kann man die leeren Flaschen wieder auffüllen, eigentlich, am Wasser? Ja, mit Rechtsklick Okay Okay Aber halt nicht an Salzwasser, es wäre nicht so schlapp Beides merkst du am Ende des Trinks Kannst du gar nicht trinken Also, hier auf dem Server nicht, also, oder generell nicht, oder? Müsste Kreuz da sein, müsste stehen, Salzwasser Steht Kreuzwasser, genau Auf dem anderen Server konnte ich das Ja? Aber hat er halt natürlich, ne? Ja, hatte die Hatte die entsprechenden Konsequenzen, wolltest du damit sagen Und macht dir auch Schaden Auch noch dazu, und da unten steht ein Bär Bleib bloß weg von mir Also, Stecks funktionieren aber nicht bei allen, ne? Stefan? Ne, die sind nur extra, die sind nur bei den Grundmatz Damit du da eben ein bisschen Taschenplatz sparen kannst Achso, okay Klatsch Wenn man das Fleisch so im Inventar hin und herzieht, mal das Geräusch Klatsch, 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 klatsch Die berühmte Fleischpeitsche Klatsch, 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 mach So, das heißt Hier guckt ein Fuß aus der Wand raus Man kann durch die Wand looten Lol Ja, das ist, äh Okay Okay, was, die mach ich? Mit Blauplan kann ich, äh, überhaupt erstmal bauen, oder was? Genau, da kannst du Fundamente und so bauen Okay So schnabuliere ich mir jetzt mal hier das ganze Holz So, Stein Äh, das Haus zerfällt Echt? Ja, weil er sich das ganze Holz schnabuliert hat Kann man irgendwie, äh Ja, draufklicken Entweder du machst ein Mausrad Also drückst die mittlere Maustaste, dann machst du die Hälfte Oder du fliegst drauf und dann hast du so ein Regler in der Mitte Und dann kannst du, kannst du das flippen Wann wird's nochmal dunkel, spätestens? Na, 19 Uhr so rum Also du, du, was soll ich machen? Mittlere, mittlere Maustaste machst du die Hälfte Mittlere Maustaste macht er bei mir gar nichts Du ziehst es dann weg Also, drückst die mittlere Maustaste auf dem Ding drauf und ziehst es dann auf andere Ah, dann sag das doch, dass man noch ziehen muss Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du... Björn, einatmen und ausatmen Einatmen und ausatmen Boah Oder du klickst halt drauf und kannst dann so ein Regler verstellen Verstellen Warum da unten das alles immer 30 Sekunden ey Alter, wie's diesen Pär einfach zerfetzt 30 Sekunden ist ja noch gut Das, äh, blink to arrow ist aber noch nicht mit drin, ne? Scheinbar nicht, ne Das war's noch nicht so? Äh, blink to arrow Also, dass man skillen kann, dass man sich zu seinem Pfeil, den man geschossen hat, hin teleportieren kann Was? Ja, es sollte aber noch nicht drin sein, hoffe ich Das ist ja voll OP Klingt nach Notfallvibe, dann heißt das Nein, aber ich glaube nicht, dass es drin ist So, baut jetzt jemand gerade schon nen Research Table Ich hab schon einen gebaut Okay, wo ist denn der? Äh, im Haus, nehm an Gut, weil dann kann man da nämlich das ganze Scrap rein tun Weil das brauchst du jetzt eigentlich eh nur noch da erstmal Wir müssen irgendwann, ne, ähm, mit den Code Locks, da müssen wir uns übelst mit absprechen Ich hab, glaub ich, den Server gerade kaputt Du hast den Server kaputt gemacht Schön Schön Find ich gut Was hat es getan? Ich bin hier, glaube ich, gerade ein bisschen komisch am Bauen Oh, oh, oh Das hört sich nicht nach Bauen an Das hört sich an nach Sterben Man kann nicht aufeinander bauen, ne, was ist das für ein altiger Scheiß Wie aufeinander bauen Also ich hab unten ne Foundation gebaut und wollte jetzt da drauf nochmal eine, um ne Höhe zu übernehmen Doch, das geht schon Wenn du Wände hinsetzt, dann musst du aber mit Rechtsklick und Boden auswählen Das funktioniert dann als Decke quasi Aber Foundation ist halt nur Foundation Ich verfall' heute richtig in den Suchtmodus, Alter Das, oh, oh, ist gar nicht gut Ah, genau, da denk' ich mir auch gerade Ich mach jetzt erstmal ne Pause, ich muss irgendwie was essen Was essen und aufs Klo Ja